wir schieben dich gleich in den richtigen chattest machen ich hoffe ich mache mal heute was anders ich glaube mal andere seite ich bin auf doch immer immer die eine richtung kubelskwesten kubelskwesten zum baum das ist eine thematik man lasst den killer mit selbst reporten ich schnell du hast gerade umknietet du hast da gerade oben im medic umknietet und zwar in gravy was gerade auch direkt reportet hast weiß ich nicht bei mir stand dass ich reportet habe und zwar ja ich weiß nicht wer das war aber wenn du so gegen mich schießt glaube ich eher dass du das willst weil wir standen da gerade zu fünf oder so ja mitten in der masse den schönen kill eigentlich gemacht wo ist der bläder zwei tot weil ich zwei gleichzeitig killen kann oder was hä man tut gar keinen sinn was du sagst ich glaube der ist left to game habe ich vorhin gesehen warum konnte ich ihn dann gebrochen ich war jetzt gerade bei der rakete die waffen ausgewählt welchen wir nehmen sollten eigentlich für den kill weil bei mir das überhaupt nicht gepasst aber gerade was da passiert ist sonst wir waren da noch gerade bei dem teleskop dingens dort in der nähe einer war da ja noch und die lage ist bei mir in der mitte aufgeploppt wo niemand war das völlig ich gehe so schock über die übrigen sind sind doch eigentlich immer die mörder diejenigen die die farbe wechseln was ist mit ihr los ich konnte ja nicht mal aber als erstes die farbe gewechselt hat und von rot auf schwarz gegangen haben wir schon die zwei impostoren fertig die leute waren völlig sonst wo es war die sind irgendwie keine ahnung der blazer ist sowieso rausgeflogen also nur grave ist gekillt worden das ist auch vollkommen okay der koni wählt immer alles der 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 wortet immer mit ich finde das immer voll lustig ist egal ich wollte einfach mal fixen wir jetzt hier so leid worauf habe ich das gerade eben noch mal gequatscht keine ahnung habe es wieder vergessen chance verjässe achso das spiel hoffentlich gibt es nicht wieder ein report oder sowas guckt euch echt im ich sage auch ganz ehrlich bin ganz 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 fair ihr braucht das let's play nicht bei mir gucken ganz ehrlich wurst drauf ihr könnt das spiel auch ganz woanders gucken bei einem anderen let's player das ist mir eigentlich latte es ist mir nur wichtig dass ihr das spiel guckt das ist so gut das spiel das ist echt echt eine schande wenn man das nicht mal gesehen hat man braucht es ja nicht kaufen aber man kann es ja mal gesehen haben bei jemanden ähm what remains of edit finch habe ich schon zehntausend mal ihr habt bestimmt gemerkt dass ich den meinen ganzen kanal voll gebombt habe von dem spiel echt gutes spiel solltet ihr euch mal angucken wo ist das gehst du weg wer ist da hinter mir da war irgendjemand im schatten gerade who let the dogs out nein ich will das nicht ich will das ich will das nutzen schnell 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 ich bin gerade unterwegs nach links oben zu diesen seismic dingern und da liegt orange im schnee an diesem elektrozaun aber ich habe auch ewig gebrauchte mühen zu melden also es ist bei mir so ein bisschen desing irgendwie komisch da fällt ja schon mal kroni raus da fällt ja schon mal kroni raus ja ich war eben war ich noch mit ich habe eben noch dextro gesehen er kam entgegen ja ich gehe jetzt oben genau ich kann man was zu zweit mit niemand anders warst du noch mit ja du mit nox war ich unterwegs ja das kam ein bisschen komisch vor aber er hat mich nicht gekillt ich habe dex hat mich auch zum schluss da gesehen im medic wie sich das da oben das labor denn jetzt nennt du wärst eigentlich unter contamination da ist der alarm losgegangen darum habe ich meinen scannen nicht angefangen und wäre eigentlich zum alarm gelaufen ich habe koni noch bei der rakete stehen gesehen wie ich ins labor rein bin da da oben dieses rufzeichen drücken gemacht da ist mir dann muze und schlucki sind dann eben oben noch gewesen wo ich die temperatur eingestellt sind und sind raus ich bin direkt vor euch abgehauen weil ich nicht wollte dass sie mich umbringen weil ihr bei dem deckel genauso dabei war wie ich deswegen habe ich einfach angst vor euch und mir nicht gelaufen für euch ja aber dann musst du was irgendwie auch gesehen haben und kein und du bist direkt bei der leicht gewesen müsstest sonst sagen können verdacht haben wer es sonst gewesen aber ich habe dich gesehen du hast klickt ja eher schlucki dann der der was gerade in den raum direkt zum schluss reinkommt nachdem der killwesen eric wo warst du gewesen ich war unten links in weapons bei den astroiden da bin ich unten links hingelaufen wo wir eben die leicht reported waren waren ja diese kabel die habe ich dann fertig gemacht und dann war ich glaube ich links bei diesen kanistern und habe diese kanister mit diesem auto aufgefüllt aber ich wollte nur kurz mal sagen koni hat eben pro verdächtigt und jetzt ist also ich weiß jetzt das wäre jetzt dumm wir würden danach weil das wäre ja deswegen also ich weiß nicht ob es brauche also ich habe irgendwie vermuten dass trotzdem paus ist aber keine ahnung wir müssen halt roten wir müssen irgendwie dort weil sonst haben wir verloren ich bin mir noch immer ziemlich sicher dass ich davor aber diesen stack kill dass das eigentlich power die was den kill ausgeführt hat ich habe das gefühl ich habe das gefühl dass das spiel mal wieder sonst ist es immer akuma die ganze zeit und dann ist es die power die ganze zeit jetzt ich habe das gefühl dass der krill die ganze zeit jetzt ist dran das spiel ja das könnte nummer zwei sonst was hast du gemacht ich war gerade wie gesagt beim uploaden downloaden da unten in der ecke und wurde gerade abgewordener ich hatte noch irgendwo rechts von laufen sind ich habe aber leider die farbe nicht mehr gesehen wie bei dem moment geboten wurde oder die neuen namens wer hat gewartet ich habe das auch für paul gewartet weil die aus dem raum anschein kommt aber wie gemein tschüss 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 ich habe noch lange zeit kein kill mehr gesehen also würde gerne mal irgendwie was hier so eine mörderattacke von irgendjemanden erkennen oder so was ja so gefällt mir der chat haut mal rein ich könnte nochmal benzin kommen ich mal weiter benzin ich kann ja die bin ich kann ich sagen ja immer ich kann die benzinquests ja so gut vortäuschen ich täusche die benzinquests vor i'm walking und jetzt kommt da jetzt kommt der nox jetzt kommt der nox pass auf jetzt kommt der nox alles gut wir gehen mal auf die monitor gucken ach komm schon Warum macht der Kriller nicht den... Dankeschön! Hosen wir die Türe auf. Muss ich hier rein? Ne. Hier rein? Ja. Ich vertrug mich immer zwischen diesem Bescheiden drauf. Oh, ich hatte diese Quest. Die dauert immer so lange. Nächste. Hier so Ballons aufblasen. Da muss ich noch mal und da unten noch. Oh, Wasserrädchen drehen. Okay. Wir müssen mal langsam reporten, ne? Das wird doch nichts. Das wird doch hier gar nichts. Wir reporten ja mal gar nichts. Wir sehen nichts. Das kann doch nicht sein. Das ist echt... Das geht gar nicht. Ist das nicht hier? Ne. Bin immer wieder falsch. Bin falsch. Nehmen wir raus. Lass mich raus. Wo muss ich hin? Ach, da hinten. Hier neben. So, jetzt schnell hier. Blü, 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 blü. Ach, schießen. Das dauert immer so lange. Ich mag alles sagen, was da ist so schrecklich. Ich finde die irgendwie schrecklicher. Na, ich wusste es doch. Ja, danke. Ja, ich habe in einer Runde gemacht und niemand hat die Leiche gefunden. Ne, krass. Ja, aber ich habe immer die Türen wieder zugemacht zu den Leichen. Ja, das war ich habe auch gar nicht. Na, hier Dings sabotierte, weil ich wusste, dass du das ganz gut machen wirst. Ganz schlecht. Ich habe nichts gesehen. Ich habe auch gesagt, wir müssen jetzt mal langsam mal irgendwas tun, sonst ist es gleich vorbei. Und zack, vorbei. Ich habe ja gesagt, boah, das warst du denn was. Ich habe so geent... Ich habe halt gedacht, Muze, tötet dich, äh, tötet dich. Und deswegen ist der Koni hinterher gerannt, damit wir die beiden, die uns verdächtigen, erstmal rauskicken. Und dann... Ja, das Wiese war eben, weil ich wusste ja, dass Muze auch da war. Und ich mir gedacht habe, ja, das ist gerade ein verkackter Double-Kill. Hätte ich ihn am Anfang verdacht. Aber die anderen haben mir mit dem Verdacht auf Krillin eigentlich dann irgendwie ein bisschen zu viel hin. Da hätte ich mich überzeugen lassen. Wobei er jetzt bei dich fest ein paar Mal bei mir, wobei ich dachte, okay. Ich habe dich auch oft verschont. Ja, ich bin so sehr dich jetzt auch nicht gerechnet. Der stand schon ein paar Mal bei mir in der Nähe und es ist nichts passiert. Hallo Shadow übrigens. Ja, ich wollte auch direkt am Anfang, am Spawn, wollte ich direkt mit dir ein Doppelkill machen. Da hatten wir ein schönes... Ach echt? Ja. Ja, ja. Zum anderen Muze, ich wusste ja nicht, dass du, dass du schon vorher gekillt hattest. Von dem her hättest du, habe ich mir nicht gedacht, dass du mich jetzt killst, weil, ja, dann wäre ich ja perfektes Alibi für dich gewesen. Wir haben gerade als Einzige gemeinsam den Reaktor gemacht. Ja, ja. Ich hätte dir das so gefressen. Nee, Armee. Ich wäre so dein Alibi gerade geworden, wenn du mich nicht umbracht hättest. Ja, ich muss jetzt am Ende nur noch in anderer Ruhe die einzelnen Leute picken. Okay, musst du dich noch, ähm, umgestalten oder kannst du es? Okay. Sind wir nur neun? Hab ich so weit. Wo fehlt alles, ne? Der neun, Shadow fehlt noch. Ne, Shadow ist da. Der ist der blauer. Achso. Ja, aber irgendwer ist gerade raus. Ja, ich bin raus, äh, mach dann auch mal erst mal Ende. Oh, okay. Wir brauchen noch einen Spieler, Alter. Ja, ich glaube, Fabi wird mit dir auch, Krill. Glaube ich. Fabi, wolle ich mitmachen? Glaube ich. User disconnected from your channel. Frage ich mal schnell. Frage ich mal schnell. Ja, wenn ich runter... Ja, dann zieh mich danach wieder hoch. Ich frage ihn kurz. User left your channel. Hau da ab, du. Hättenberg und Nacht. So gefällt mir der Chat. Voll gepumpt mit irgendwelchen Emojis. Sieht mal so ganz interessant, wenn Mats sehen, wo ihr alles abhängt. Und was die Leute für Smileys haben. Hallo. Hallo, Fabi. Ja, Fabi. Okay, Fabi, kann rein. Rein, rein, rein. Ich starte gerade. Nice. Der Imposter trifft ein. Ach, gut, ich bin gespannt. Meinst du? Ja. Fabi, das ist egal, was direkt raus wird. Würde mich nicht wundern, wenn das passiert, tatsächlich. Krill, gute Nacht. Voll viel haben bei Porn nicht gedacht, dass sie verdächtig war, obwohl Koni einfach gecallt hat. Er hat mich ja drauf rausgeguckt. Vor allem bei Porn hört man immer, wenn sie Imposter ist raus. Da fängt man immer so zu lachen und so. Weißte, alle reden so unnötige Scheiß und 40 Sekunden irgendwann dann so, ja, Porn, hä? Ja. Ich hab auch, wenn ich das mal ausspreche, ich dachte auch, irgendwann haben sie keine Zeit mehr, um darauf zu kommen. Ja, vor allen Dingen hätte ich das nicht gesagt, würde ich glaube ich nicht. Können wir mal die Quatschzeit ein bisschen runterschrauben? Das ist immer so lange, mega lange. Ja, macht das Kaffee runter und das Voting hoch. Ja, jetzt ist es auf 135 vor, hatten wir immer 120. Seid ihr auf NA? Ja. Wobei ich würde sagen, die Discussion-Time ein bisschen lassen und die Voting-Time einfach... Wir sind auf NOT, wir sind auf NOT available, genau. So rum ist es besser. NOT available. Das ist gerade in 60 Sekunden, oha. Okay, los. Let's go. Hä? Genau. Jetzt haben wir doch noch weniger Zeit. Na egal. Jetzt haben wir wirklich weniger... Wow, Voting-Time ist wenig, ja? Okay, ist besser so. Das ist zu lange immer. Diese Quatsch-Zeit ist viel zu lange. Okay, ich laufe diesmal wieder rechts rum. Weil ich die eine Question nähe. Habe ich hier noch was in der Nähe? Boah, ganz viele Quests. Moe läuft so stockend. Warum auch immer. Habt ihr gesehen? Das ist alles. Nox, never ever. Hast ja so eine schnelle Quest gerade gemacht. Okay, wenigstens starten wir schon mal die Quest. Die dauert ja sowieso immer in der Ewigkeit. Hi Speed, moin moin. Raus. Raus. Wir müssen raus. Wir müssen raus. Wir müssen sowieso raus. Hier vorne an dem... An dem Elektro-Tannenbaum, glaube ich, ne? Nee, gar nicht wahr. Hier unten. Schimma, gute Nacht. Hier war es alle so früh ins Bett. Was ist denn los? Warum tut er das? Wow. Mit einem Stretch durch. Sehr gut. Ich geh mal... Wir machen jetzt schon die Türen. Ich hasse diese Türen aufmachen. Das ist so Ewigkeiten langsam immer. So. Jo, ich hab ja heute die ganzen Minuten-Quest oder was. Oh, das ist das. Okay, ich dachte, ich kann da noch irgendwas machen. Oh, Report. Oh, Schoki ist auch tot. Grave hab ich gerade gefunden. Ich komm gerade aus der Quest. Ich hab keine Ahnung, wie die heißt. Wo man diesen roten Regel runterschiebt. Und dann steht da ein Return Later. Ja, das ist da bei Communication. Genau. Ich bin grad raus. Der Raum neben Admin, der Einzelne. Das ist wie ein Rebooten. Genau. Bin runtergelaufen. Und direkt links daneben ist der gelbe Körper von Grave. Zerschnetzelt gewesen. Schon wieder Grave. Das Spiel wird immer besser. Also ich weiß, Dex war am Anfang mal im Labor. Da war ich auch. Da hat Blaze mich auch kontrolliert beim Scannen. Ich stand nicht dabei, der mega seltsam an der Kante. Das hat mich voll verwirrt. Ja, ich wollte gerade sagen, was ich gerne fragen würde. Was hat Fabi für Requests die ganze Zeit gemacht? Der ist zwar mitgelaufen, aber ich hab irgendwie nicht so... Also ich hab Fabi am Anfang gesehen oben. Ich hab oben die Dings gemacht. Hab oben das Fernglas gemacht. Hab dann den Quest, den 1-Minuten-Quest da gestartet im Labor. Und hab dann erstmal rumgeguckt, wer da jetzt alles gerade reinkam. Wollte dann runter und habe unten Artefakte einsortiert. Und die Zähl-Quest gemacht, neben Simon Says. Und bin dann mit euch... Wurde Simon Says auch gemacht? Nein, nicht das daneben. Das ist mit dem Zahn, wo du zählen musst. Was ist das? Das mit den den Punkten eingeben. Dieses Typ. Das habe ich gemacht. Gut, da habe ich nicht viel Wischen gehabt. Ich habe nur gesehen, du warst im Raum, aber... Ich habe nur gesehen, eben was... Dings war auch bei uns, Blazer. Ja, was ist dann mit Eric, Moo, Shadow... Also ich war unten im Labi, also Labor, und hatte gerade diese vier Teile da einsortiert. Ja? Ich war zu Anfang die ganze Zeit in der Nähe von Shoki gewesen. Aber die ist ja leider tot, die kann es nicht mehr bestätigen. Aha, aha, sehr nah bei Shoki gewesen, aber die ist jetzt tot. Was ist das nicht... Wir müssen die Vote-Zeit anders einstellen. Die Vote-Zeit war okay, nur die Anfangszeit war zu lang. Jetzt haben wir alles zu schnell gemacht. Aber jetzt können wir gar nicht mehr quatschen. Jetzt ist alles ein bisschen viel zu knapp eingestellt. Die Vote-Zeit war okay, die war 140 Sekunden, das war vollkommen okay. Aber die Anfangszeit, bevor es losgeht... Oh, dann nochmal 140... Irgendwie hast du gefühlt, 20 Minuten bist du nur am Quatschen gewesen. Äh... So. Ich mache noch die eine Quest hier bei der Körper. Na toll, jetzt haben wir gar nicht rausgefunden, wer was war. Hm, 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 hm. Hm. Arista, guten Morgen. Wenn du jetzt schon gerade aufgestanden bist, äh... Nicht schlecht. So, ich müsste eigentlich meine Quest jetzt gleich fertig haben. Bei Mu habe ich ein bisschen Angst. Bei Mu habe ich Angst. Sound resumed. Sound muted. Ich bin ja noch... Ich wollte eigentlich gerade... Ich habe gerade gedacht, es wäre... Wäre schon reported worden. Das wird nichts Gutes für Nox. Sound resumed. Ja. Der arme Dex. Ich habe ein totes Dex gefunden. Und wer hat was hier gemacht? Ich war die ganze Zeit noch am Anfang diese Karte einscannen. Wollte er bei mir nicht. Ich habe Karte gemacht, Magma eingestellt. Bin oben, habe die in Minuten-Quest abgegeben. Bin gerade runter zu Weapons downloaden. Ich war mit Erik unten bei Decontamination. Genau. Nur und beides besser in meinem Raum. Unten war der Rad. In der Mitte. Blaze und Move? Ich bin gerade am Kabel fixen. Oha, das geht zu laut. Move? Ja, wie ich schon sagte. Unten. In der Mitte beim Rad. Unten in der Mitte beim Rad. Ja, da ist es zum Rad. Zum Drehen. Du meinst jetzt das mit dem Wasser? Warum habe ich dich dann nicht gesehen? Weil ich bin da vorher extra in den Raum reinschaut, bevor ich da in der Säule den Müll gemacht habe. Nee, da in der Mitte. Nicht links. Da ist doch dieser... Oder? Vermäglicher, da ist ich halt auf dem Weg. Ja, keine Ahnung. Ich kenne die Map jetzt nicht so akkurat. Also ich habe halt auch nichts gesehen. Wo warst du jetzt zum Schluss? Wo bist du? Mittig da. Wir spawnen in der Mitte. Und dann habe ich erst... Mit wem war ich da hier rechts? Mit Blazer, glaube ich? Nee. Auf jeden Fall da beim Feuer, bei diesem Temperatur hin- und herstellen. Da habe ich erst die falsche Richtung gewählt. Und dann bin ich zurück, habe einmal den Startbereich abgelaufen. Und unten, an diesem Bücherregal, ob da jemand tot ist. Und dann bin ich Richtung Mitte gelaufen. Du bist mir auf jeden Fall gerade mal suspekt. Aber ich habe eben beim Baum, habe ich einen toten Decks gefunden. Bilden mir zwar ein, dass ich weiße Füße irgendwo am Rand gesehen gehabt hätte, aber... Ich kann nicht wirklich was sagen. Du bist mir einfach mal gerade suspekt, wisst du das alles beschreibst. Ja, ziemlich akkurat, oder nicht? Während du hier einfach die Leiche findest und sagst, ja, wo warst du, obwohl ich das eben schon mal gesagt hatte, fragst du nochmal explizit nach, also... Ja, weil du... Jetzt reden die noch weiter. Einfach muten. Du musst eiskalt muten, sonst quatschen die... Aber die Zeit ist nicht gut. Die Zeit haben wir nicht gut eingestellt. Aber wir sind ganz kurz. Dann war die Zeit eben ein bisschen besser. Also lieber ein bisschen mehr quatschen, weil wenn es dann irgendwie zu knapp wird von der Zeit, dann sind sie alle nervös. Dino, danke für acht Monate! Hier sind sie alle in Monitoren, am Glotzen. Ach nee, hier war das. Wir haben meine letzte Quest, glaub ich, ne? Hoffentlich. Dann brauch ich das nicht mehr hier rumgucken. Müsste... Nöe... nun in die nirgendwo aber es ist wir wollen gab es denn ob das möchte da das war es glaube ich habe nichts mehr das war es da ist eine leiche da liegt da liegt da ein schönes wie kann man noch mal chatten hier so meine güte in der mitte unten ist ein rad leichte leichte beim elektrik reporten wir müssen die zeit bitte noch mal richtig einstellen es wird nämlich jetzt die die vote zeit und die andere zeit gleichzeitig runtergeschraubt die wohl zeit lassen wir oben bei 140 war die glaube ich ne oder 145 50 ich weiß nicht warum sie das nicht fixen also je nach lobby werden halt immer dieselben leute mörder nach die ganze zeit das ist ja es ist jetzt schon nein aber vor allem nicht du sagst du bist die ganze zeit in der mitte ich habe da da weapons gemacht haben warum beim download damit ich habe nicht nirgends in der mitte gesehen und wenn man vom spawn runter geht da ist das rad in der ecke so Bis zum nächsten Mal.